Servus, ich habe Eike mitgebracht. Der Neue im Team, ja? Kann der überhaupt Fische fangen? Ich weiß ihn doch nicht, sehen wir gleich oder nachher. Ja, muss er erst mal zeigen, ne? Auf jeden Fall. Ja, Juli. Juli hat einen 2,60 Meter Schnell gefangen. Mal gucken, also ich habe jetzt auch 2 Fische bestellt. Einen mit 1,70 Meter und einen mit 1,90 Meter. Der eine sollte 8 Kilo haben, der andere sollte 68 Kilo haben. Die gucken gerade, ob sie da was da haben, ne? Ja. Aber sie sollten eigentlich langsam rankommen, langsam spät. Ja. Morgen scheiße, morgens schaffen wir es nicht zeitlich. Ne, ist richtig. Ja, ja. Ja, mal gucken, ne? Ich weiß nicht, ob sie ihn da reinfallen lassen oder da reinfallen lassen. Ja, das werden wir ja sehen dann. Oder wir legen die Plane aus, stellen uns schon mal so hin und dann sollen sie ihn einfach runterlassen. Ja. Vielleicht nochmal ein Signalfeuer dann am besten. Ja, machen wir auch. Ja. Was? Nein. Es war. Ja. Ja. Eike hat ein Herz. Der hat gesagt, Mensch, willst du auch ein Süppchen? Hat er auch schon gegessen? Ja, da steht sein Essen nur. Ach, der ist auch verfressen. Ich darf keinen Fisch verpassen. Gute alte Funke. Schön zieht Eike das Arschloch da hinten gleich an der Schnur. 100 Prozent. Nein, mach den zu! Yes Leute! Tschüss! Bist du guter? Ja! Oh! Oh! Die wollte ich! Mach! Mann, das bin so gut hier! Das war's für heute. Das war's für heute. Du bleib mal normal. Geil, Eike. Hammer Fisch, ja. Wie lange waren die Routen drin? Vielleicht eine halbe Stunde, ne? Eine halbe Stunde circa. Wow. Aus hier. Sauber. Mase Cup 2017. Sauber, war echt geil. Schöner Fisch. Sauber. 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 Sauber.